Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Die Sims 4. Da muss ich eben einmal kurz rülpsen. Aber ich hab nicht gemutet, ist das nicht cool? Wird man doch neidisch, oder? Also Bruno geht eben pinkeln oder kackeln oder auch immer. Ups. Und es regnet in Windenburg. Eine Goldverabredung, das ist doch mal geil. Gut, würde ich sagen, dass wir uns jetzt noch gleich von Bruno dann verabschieden. Stell dich mal bitte da hin. Ja, ich weiß, du bist müde. So. Hallo, er geht einfach... Hallo. Er ist aber auch müde. Okay. Ähm. Dann sag doch noch mal bitte. Umarmt euch doch mal zum Schluss hier. Also, ähm... Einmal knuddeln. Als Abschied. So. Äh. So, so. Okay. Gut. Tschüss, Bruno. Warum hat er denn jetzt so... Geht ihm bestimmt alles zu schnell. Müssen wir mit der Hanna langsamer angehen. Aber macht er nicht. Ach, das heißt übrigens, ähm... Part 29, weil ich das damals bei 29, glaube ich, hochgeladen habe. Wie komme ich überhaupt auf... Ach ja, 29. Hm. Da hatte ich ja bis dahin aufgenommen. Ja. Stimmt. Ähm... Gut, dann gehen wir nach Hause und gehen dann auch direkt schlafen, weil die Hanna ist wieder todmüde. Und wir haben morgen schon das nächste Casting mit der lieben Jenny. Ich hoffe, das wird alles ganz, 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 ganz gut. In der letzten Folge hatten wir auch den ersten Auftritt und der ist mega gelaufen. Der war richtig gut. Hat alles von hinten bis vorne gepasst. Wirklich, alles mega. Mega, 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 mega. So, aber wir müssen jetzt erstmal hier, ähm, uns um die Bedürfnisse unserer liebgewonnenen Sims in Part 30 kümmern. Das ist doch mal cool. Ähm, du bist eigentlich voll fit. Komisch. Äh, alles verkaufen können wir mal machen. Oh, guck mal, die sind jetzt gerade gewachsen. Das war ja lustig. So. Verkauf die bitte und verkauf die bitte auch. Guck mal, jetzt haben wir schon 5770. Simulio. Warum willst du... Warum? Okay. Übertreib halt. Ähm, können wir mal hier... Können wir was spielen? Nee. Wir können noch weiter üben. Wäre vielleicht auch ganz gut so vor dem Casting nochmal hier ein bisschen... Ach, wir haben das eh um 19 Uhr. Da müssen wir jetzt nicht üben. Dann kannst du jetzt noch ein bisschen hier... Weiß nicht, kann man chatten hier mit Leuten? Rap? Also so, dass die da auf, ähm... Auf... Dings geht. Auf... Chat. Brieffreund finden. Ja. Das ist ja cool. Und dann noch, ähm... Hm. In den Urlaub. Oh, in den Urlaub müssen... Ah, da sollen wir mal ein Kind anordnen. Nein. Nein, 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 nein. So, Chronik überprüfen. Abwarten, ob... Oh, wäre so cool, wenn sich da jemand melden würde, ne? Würde ich gut finden. Ähm. Haben wir überhaupt Freunde? Nicht so richtig, ne? Hm. Da müssen wir mit der Jenny auch mal ausgehen, irgendwo hin. Dann ist morgen mal die Jenny dran und nicht die Hannah. So. Habe ich jetzt so entschieden. Hm. Weil die Jenny soll ja nicht, ähm... Zu kurz geraten hier, ne? So. Leben die Ratten noch? Bitte sag nein. Ich glaube nicht. Ähm, hier können wir nichts machen. Wenn du uns jetzt weckst, Gracie, dann bist du tot. Bist du eine tote Katze. Nein, du sollst doch weiter schla... Oh. So rundes... Das haben wir auch schon. Das heißt, wir können das verkaufen und werden reich. Me... Das ist nur eins wert. Schlecht. Oh. Ha. Wir müssen... Ach, wir haben ja übrigens noch frei. Wir müssen auch mal wieder für unser Label, ähm... Kannst du auch mal danach hier dingsen und danach dein Label anrufen. Ich glaube, wir müssen nämlich mal wieder was produzieren. Ähm... Gungabarow. Gungabarow. Was? Gung, Gungabarow. Gung, 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 Gung. Gung, Gung. Kennt ihr nachts im Museum mit? Äh, Dumm, Dumm. Gibt mir Gunggum. Oder wie das ging. Boah. Ich hab das geliebt. Das war so cool. Und dann... Mega verkauft bei Level 8. Ja, genau. Bewässern können wir mal alles. Faule Eier. Oh, nee. Jetzt stinkt sie auch noch. Boah, wir müssen so dringend umziehen, ne? Boah. Das ist nicht mehr normal. Ach, sie ist auch wach jetzt. Äh, hat zwei Songs veröffentlicht. Hat zwei Tage Zeit und einen neuen. Okay. Du musst hier noch ein bisschen was verkaufen. So, das war's dann, ne? Gut. Dann... Gehst du bitte jetzt mal Hygiene, äh, deine Hygiene verbessern. So. Und das ist so ein ruhiges Lied, so. So, das ist jetzt hier... Das ist jetzt... Ruhig... Ich schreib ruhig falsch. Also, ruhig... Ruhig... Ähm... Silent... Und... Entspannend... Und... Und... Chill-Modus... Und... Cool... Und... Mega... Ähm... So... Okay... Gut... Wow... Oh, scheiße... Ist der wenigstens gut geworden... Normal... Hör mal... Gut... Kannst du eben veröffentlichen und dann dir was zu essen holen. Du kannst mal... Erstmal verdorben ist... Ach, wir haben den nicht umbenannt. Jetzt heißt der... Warte, wir können den noch umbenennen. Ähm, hier... Umbenennen. Äh... Das ist... Slighty... Slighty... Ringel... Tingel... Bass. Ja. Ich hoffe, dass es ganz gut wird. Oh, er möchte vorbei. Von mir aus kannst du gerne vorbeikommen. Ich muss nur eben kochen. Ach, oder auch nicht. Ah, wie wär's mal, wenn du dir was anziehst, Hanna? 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 Zieh dir bitte was an. Und jetzt... Oh mein Gott, da hat mein Vater gelacht. Ähm... Und... Tratschen. So. Was war denn gestern Abend mit dir los, Bruno? Hm? Ja. Boah, die Katzen nerven mich, Alter. So, alle Tierschüsseln füllen. Und dann kannst du dir mal Reste nehmen. So. Deswegen haben die sich bis spät bei dir verhungern. So, du kannst dich auch hinsetzen, Hanna. Ist dir erlaubt, ist dir gestattet. Boah, wie mich diese Tiere manchmal nerven. Oh! So guten Morgen. Wir müssen auch ganz dringend auf Toilette. Können wir gleich erstmal... Oh! Boah. 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 Boah, die ganze Wohnung ist für den Arsch, weißt du das? Hier riecht's einfach einfach so... Es riecht einfach komisch hier. So. Und du? War das mit dir? Du unterhältst sie auch mal ein bisschen mit dem Brunen. Du kennst ihn noch gar nicht. Hier freundlich vorstellen. Ist das denn gut, wenigstens? Ja, ist auch eine Köchin hier. Eine Jungköchin. Wenn er jetzt geht, dann hau ich dem aber eine rein. Sowas von. So. Ja. Ih, hast du jetzt deine Kacke geg... Äh, ekelig. Eier und Toast essen. Ess bitte. Und du, Jenny? War das jetzt dein Problem? Hä? Irgendwann ist doch mit den Sims falsch. Irgendwas ist mit denen falsch. Hm, lustige Geschichte erzählen. Hm. So. Brauchen wir deine schnelle Wiedergutmachung? Nein. Ähm, hier. Jetzt macht sie wieder ein Kompliment. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so komisch gesagt hab. So. Üben. Dann übe noch mal ein bisschen die Gitarrenfähigkeit für dein Casting. Und du? Och, ich dachte, du schmeißt das hier in die Spüle. Du bist ja auch doof. Oh. Luftgitarre. Luftgitarre. Bruna. Die rüden Luftgitarre, das ist geil. Er hat einen Rigg auf. Bruna und Hudo. Luftgitarre passt immer. immer gut. Oh, und Flora. Katzen sind wie Babys. Ich möchte ganz viele Babys, hat sie gesagt. Dann war der gestern schon so abgeschneckt, dass er keinen Bock mehr auf die hatte. Ja, umziehen muss man dann ja auch, ne? Aber das reicht jetzt. Wir haben nämlich so viel Platz noch in der Wohnung. Unterm Kühlschrank, äh, im Ofen. Oh, nee. So. Dann bitte noch hier weitermachen. Alltägliche Statisten. Alch, gibt's eigentlich schon andere, ähm, Schauspielagenturen? Oder haben wir nur bis jetzt diese und, äh, die andere? Ich glaube, es gibt nämlich noch andere. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig seh. Hallo, du wolltest zu uns kommen, dann unterhalte ich jetzt auch mit uns. Klopf-Klopf-Witz und über Geschicklichkeit reden. Oh, hier riecht sie da komisch in dem Zimmer. Hä? Was war das denn jetzt? Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Hä? Was? Achso. Ah. Okay. Gut, ich finde irgendwie, dass Jenny hat viel besser, das ist ein viel besseres Zimmer als Hannah. Hannah hat so ein Kackzimmer irgendwie. Hannah hat so richtig kleine Zimmer. Guck mal, nur so ein kleines Zimmer. Aber für sie reicht's anscheinend, ne? Für sie reicht es. So, dann üben. Warte. Wir müssen ja auch Getränke zubereiten. Das heißt, wir werden wieder ein bisschen Wasser zubereiten. Hier nochmal dann Wasser. Und dann nochmal ein bisschen üben. Hier. So, und so. Dann haben wir nämlich hier eigentlich jetzt 100, oder nicht? Nee. Jetzt gleich haben wir 100. Wenn sie jetzt nochmal macht. So, jetzt haben wir 100. Gut, dann übe jetzt nochmal ein bisschen. Wir brauchen nämlich Level 4. Und du machst dich mal langsam ready für dein Casting. Verwenden. Stimmt, das wollten wir auch noch jetzt nachgucken. So. Nee. Es sind immer noch die gleichen. Und dann werden wir es mal den Vermietern beschweren. So. Es geht so nämlich nicht. Genauso wie hier mit den Ratten. Das geht auch nicht. Einfach nur nervig. Wer ist er denn? Ah, das ist unser Vermieter. Das war doch vorher so eine Truller. Ha. 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 Wann kriegen wir endlich unsere Miete? Bring mal eben die Kacke weg. Das sieht doof aus. Wenn der Vermieter hier hinkommt und die ganze Kacke da liegt. Krabbelfiecher. Wo? Da. Ich glaub's nicht. Vernichte sie. Achso. Oh, jetzt sind die auch wieder da. Das ist doch nicht normal. Wo leben wir denn hier? Ich mag die Wohnung zwar, aber... So nicht. So nicht. So. Nicht. Vernichten. Hier ist unser Vermieter. Ups. Wo? Hä? Jetzt ist er weg. Hä? Ach, sie stinkt. Das riecht immer so. Ähm. Gar nicht peinlich. Wart, fürruf mich nicht unnötig. Ich geb dir gleich eine, aber so richtig. Wenn das jetzt unnötig war, ne? Nö. Akzeptiere ich nicht. Ha. Nee. Sicherlich nicht. Ich hab übrigens noch nie so richtig so in so'n... In diesen Wohnungen gespielt. Voll cool irgendwie. Mit den Apartments hier. Gibt's denn so ne... Dann lass mal ne Nachricht dahinter. Du musst fertig duschen. Du musst fertig duschen. Damit du fit fürs Casting bist. Beim Casting kann man leider auch selber nie mitmachen. Das wär auch lustig. Bald haben wir den Talentwettbewerb. Was man da auch immer machen kann. Wir können da bestimmt singen. Oh. Jo. Wir können da bestimmt singen. Da müssen wir nur unsere... Äh. Äh. Guck mal. Da haben wir Level 3. Da haben wir Level 1. Singen haben wir Level 3. Kann... Können wir eigentlich hier schon Lieder singen? Lied singen. Jo. Pop, ähm... Tomorrow today. Können wir da mal machen. Guck dir das nicht an. Ach, das ist doch schön. Na, auf einem eigenen Balkon. Balkon. Hup. So ne Bar stehen haben. Oh. Auch immer ein Gesangswettbewerb. Kann man damit machen. Das wär cool. Oder wenn wir auf so Werbung drauf werden. Das wär mega geil. Aber ich glaub, so weit kommt's nicht. Nie. 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 Leider. Hast jetzt mal genug geübt da. Komm, das reicht für heute. Wir haben schon 19 Uhr abends. Eigentlich wollte ich ja mit der Jenny heute... Heute hier, ähm... Einen Tag machen, wo die mal Leute kennenlernt. Aber... Unsere Regisseurin ruft uns an. Geil. Nee. Wir können mal nur so Lieder da spielen. Ich hab nämlich noch nie so'n richtig musikalischen Sim gehabt. Oh. 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 Stattel Casting bestanden Wir sind nicht sicher, ob du in dem Werbespot mitspielst oder als Rodeo-Clown gebraucht wurdest Du solltest an deiner Gitarrenfähigkeit arbeiten, um dich auf die Rolle vorzubereiten Halte aber auf jeden Fall ein wenig Eis im Kühlfracht bereit, um die durch die wilden Stiere verursachten blauen Flecke zu kühlen Geil, wir haben auch direkt morgen, nee übermorgen am Freitag unseren Auftritt Dann würde ich mal sagen, dass wir wieder hier Charisma üben Nein, du darfst erst essen, du darfst erst essen, du darfst erst essen Du darfst nicht essen, du hast keinen Hunger Hallo, nicht Hallo Das ist wirklich so ein kleiner Vielfraß wie ich Wir werden angerufen Ey, was ist denn mit dem Bruno los? Aber nein Heute nicht, Bruno Heute nicht Jetzt hast du verkackt Nein, du holst ihn nicht in Hallo Die geht jetzt hier schlafen, die Jenny Und du kannst noch ein bisschen spielen Nee, hör auf Hör einfach auf Hör bitte auf Song spielen Ach stimmt, können wir ja so machen, ne Warte, Song spielen Action in the City Okay Boah, das wird schlecht So, du gehst schlafen Nee, du gehst immer noch nicht schlafen Ähm, schade Ich dachte, du gehst schon schlafen Wo bist du denn? Da Achso, natürlich Natürlich, liebe Sophia Natürlich Warte So, geh mal bitte zu Sophia So Schwerde anhören Hallo, ich wohne auch hier Es tut mir ja leid, wenn dein Leben langweilig ist Genau, Sophia Genau Aber sonst, wie geht's dir sonst? Wie war dein Tag? War der gut? Ich hoffe, der war gut Nach Karrierefragen Ach, Arbeitsblatt War ja klar Gut Ähm Verwenden Hast du jetzt deins hier fertig? Genau, hast du fertig Gut Dann können wir auch schlafen gehen Ja Doch, dann gehen wir jetzt schlafen So, du gehst jetzt auf Toilette Nochmal Unter der Dusche kannst du gerne singen Und morgen früh wird gefrühstückt So Okay, dann gehst du halt nicht mehr duschen Auch okay Guck mal, die ist schon weiter Als Jenny mit ihm Wir spielen aber auch irgendwie die Hannah mehr Hab ich das Gefühl Du bist wirklich bald dran Aber Ich beende den Part Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal